ab Orang jetzt hat er schon wieder Eisen gefunden ehrlich ja dann war mal ganz so was tut man geht das erste was man findet er so ist hätte schlucht es ist jetzt auf der erste Rettung gut schlucht das stimmt welches Blutsch und für keine vielleicht vielleicht bin ich ja auch kein Schuss also ich würde jetzt einen Vorschlag machen wenn einer von uns Kartoffeln Karotten oder Melonsamen finden teilen wir sie ich würde einen Vorschlag machen wenn einer von uns ähm hier zum Beispiel vom Creeper ähm explodiert wird dann würde ich mal sagen dann lachen wir ihn aus explodiert wird? ja explodiert wird ja ich nehme den Vorschlag an nein 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 ist doch ein Creeper ja ähm Pascal deine äh ich meine deine Probleme die du persönlich hast ich glaub die wollen die Zuschauer nicht mitkriegen der da war gerade ein Skeleton und so äh was blöde Probleme oh Eisen nein 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 ich hab grad gar nichts gesagt ich hab grad gar nichts gesagt ich hab's nie gesagt ist mir egal ist das mit dem Blasen war Sascha ich bin mir voll gut der Mikro pusten hier wer bläst wen ein Pascal wollte schon mal ich hab nein gesagt glaub mir das ist ne Lüge er hat ja also er hat ja gesagt ich hab nein gesagt ja du fragst du sagst ne sagst ne nein und hier auf alle jahre ich habe mehr zu ich auch kohle ich habe es nur für sich nicht so cool ist das wenig zufrieden das mangelbare Minecraft um ich bin in Beirut geboren aber da war ich ein Jahr so alt immer so chemisch dafür ein bisschen aber ich bin nicht der einzige das zu einen Windschacht gefunden du suchst nach Melonsam eigentlich war es ein Zufall dass ich den gefunden habe als er sucht und ein Skelett schießt mich ab ein Skelett grüßt am Skelett Mann Martin ist der Martin schon wieder ist ja echt schlimm ach meinst du ein Terrorist Junge den Martin hatten wir noch nie aber auch egal was kann die Skelette sind achtmal zu Terrorist oh das Skelett ist tot zum Erbeleid ich brauche echt ne Rüstung ich brauche dir schon fast so oft durch die Anahe gefistet wurde sogar Anahe gefistet von einem Creeper genau ja aber das war wegen Pax wegen so einem Hostie auf dem Server der Zufall möchtest du uns beschreiben wie das gewesen ist ja ich hab einfach so ein Knall gehört und auf einmal alles ganz ganz weiß ganz weiß der Knall hat mich so angetan okay diesen Minenschacht erkunde ich erst mit einer Rüstung Ok Ok da ist schon zu Ende Super Anni da geht's hoch Oh ich hab Angst, ich hab ein Zombie Mama so, das reicht jetzt hier mit Stripmine Bisse Schlamm Stripmine Max war der Erste äh ich bin in einer ähm ich hab im Strip nach einer Schlucht besucht ich bin nur noch in Bäumen abhofft achso das ist mein Hals ähm ich kann dir da sehr gute ähm Tabletten empfehlen Neovagine Rutschen die auch gut runter? die gleiten richtig runter da flügt es richtig durch ok nicht nur rein sondern durch nicht ach genau auf so genau so was habe ich gesucht Dankeschön und keine Schmerzen beim ersten Mal aber die muss man sich rektal einführen sonst bringt das nicht was ja immer so Neovagine in den Anus interessant ne ist es eigentlich interessant nö vielleicht nicht Stripm Alter hat der Zoll mich jetzt wirklich verfolgt dieser Dreckige er möchte dich richtig der Anus hat mich verfolgt vom Mienschach bis hierher heißt der denn Anus? ich gehört äh äh jetzt nimm ich der verrotztes Fleisch und schlägt es meinen Mund geil ich glaub der steht voll drauf da kriegt er mal so ne Herzen um Kopf ich glaub das eine Krankheit ich hab dann mal zum Arzt ach so die ähm rotherzenkrankheit? ja die ist ganz schlimm der Zoller ach so ich kann halt so rotherzen im Kopf schon mal sowas gehen das ist mal wie ein Trip bei oh das ist ja wirklich extrem schlimm Mann jetzt bellt mein Hund da draußen schon wieder alter Pfiffi ich glaub Pfiffi bräuchte mal eine Neovagine in den Rektal durch eine Rektaleinführung stimmt's Pfiffi? ja da kriegst du deine Herzen ja ja das magst du doch das mag der Pfiffi das magst du doch wenn ich meine Faust in deinen Anus ramme ich wie ich um sie ist immer erst mal nur auf den Finger ja das macht ein Konto auf den Fingern sich dass der Schwangere na los man zu viel hört schon wieder nicht solche Verschlagen kommen da bleibt solche Sitzen ja so schrecklich erst mal schlafen es ist die Klärung Koffer und Stechen umo ab steckst du den Kopf im Arsch ja mann weißt du so so haben nee wo war das? Hancocksteil Hancock Kockkockkockk oh ich hab so viele Setzlinge ich mach bald Setzlinge an Junge ich war zwar? die sich an den Tropenbäume mit Setzlingen oh oh also ist aber ein Gangster hier ist gefährlich also die ganzen Dorfbewohner mit ihren langen Nasen weiß man die ach die rauchen das Zeug weißt leg dich dich mit Susha an Susha 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 ok ich wäre hier mal für eine kurze Aufnahmepause ja ich glaub die Aufnahmezeit ist auch schon wieder zu Ende genau ja das stimmt ja dann würde ich mal sagen vielen Dank fürs zuschauen ja mein Filip und abonnieren ja geht ja auf und was du dir im Wissenschein der Albiere und hattest du natürlich nur ein favorisieren abonniere es gefällt aber kommentieren kurz vor den Wort schreibt eure Meinung dazu ein das Kommentar fällt und zu er spassischen Einladung